Kann man dich klären? Du doch immer, mein lieber Angelino. Oder sollte ich eher sagen? Reinhard. Ich hab dir McDonalds geholt. Willst du was? Kann ich überhaupt noch Nein sagen? Eigentlich bin ich Team Burger King. MacKiss schmeckt nach Pappe. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass ich autokrank bin. Autokrank? Was soll das sein? In der Nacht ist es kälter als draußen. Glauben Sie, dass ich verrückt bin? Wenn ich nicht ins Video komme, esse ich dein Leben. Ob das jetzt so schmeckt, weiß ich auch nicht. Hast du Koks? Nein? Ich doch nicht. Schreibt mal alle bitte euer Lieblingsessen in die Kommentare. Ich mach ein Video draus.